Willkommen zurück bei Mario Kart 64. Leider konnte ich die Siegerehrung von der Mushroom Cup nicht aufnehmen. Und dann war auch noch mein Spiel wieder abgestürzt. Aber ich habe zum Glück den Preis erhalten. Und jetzt starten wir den Flower Cup. Und der ist schon weniger mein Ding, alleine dieses Level. Jetzt muss ich mich ein wenig konzentrieren. Wow. Bowser will übertreiben. Ach. Verdammt. Tschüss. Jetzt sieht es aber schlecht aus. Hm. Second Lap. Da sind Bowser und Peach. Josh. Josh ist zu weit vorne. Ach, hau ab, Bowser. Ach, Mann. Dieses Drex Level. Emi kann ich den One-Fall vergessen gerade. Nee, da ist Yoshi. Den hole ich mir. Vorsprung ist okay. Absolut okay. Jetzt müssen wir uns zusammenreißen, Mario. Bloß nicht nachlassen. Nein. Puh. Gerade noch so. Puh. Haarscharf. Und hier mache ich Dreckmann-Cuts. Und hier mache ich Dreckmann-Cuts. Und hier mache ich Dreckmann-Cuts.